hey hollst aus den ständchen was geht heute mal wieder auf meinem großen ankontakte wechseln 2xp gut dann haben wir das jetzt auch mal geklärt ich schau mal was hier abgeht oder auch nicht und dann läuft bei der junge habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich dich gegeben oder was ja gut dann hätten wir das jetzt auch lass doch liegen ich hab's ich hab's ich hab's kein thema man kein thema ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da jungs ich bin da kein thema so immer schön schuss geben immer schön schuss geben scheiße die ist nicht so schlau gewesen mein freund gut jetzt muss ich aber mein habe ich ihm wenigstens irgendwie noch schaden zufügen holzfäller holzfäller habe ich nicht gut dann hätten wir das jetzt auch mal geklärt okay kein thema da lässt er die flagge fallen ich weiß es nicht weißt du mach ich jetzt auch wenn ich weiß dass ich sterbe mach ich's doch fuck alter läuft nö ich hab's doch gar nicht fallen gelassen weißt du wieso weil ich besser bin nice so gut das war jetzt nicht gerade die wahrheit aber das ist auch egal ach so natürlich 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 da trifft er mich natürlich ahaha egal was soll's die sind schon wieder zu dritt was ist da los man ja gut jetzt sind es vier was ich habe geschossen ich habe nicht mehr auf die lehrtaste gedrückt und da trifft er mich leute fleck ich wollte es mal sagen ich wollte es mal sagen außerhalb bin ich erster irgendwas läuft hier schief wenn ich erster bin da läuft hier was schief das ist xp nicht grad mein vorteil also das na gut okay was soll's scheiß drauf yolo 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 ich weiß nicht wo ich fahre aber ich war jetzt einfach irgendwo lang und wie ich aus ja das war doch skill oh 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 da bringt er die fleck sogar durch was ist los mit dem jungen der hat drauf Hat er nicht, oder? Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung, was mit dem ist. Vielleicht ist er geschütten. Der leckt. 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 Er leckt. Er leckt. Und da ist die nächste. Nö, ich lasse dich jetzt einfach mal aus Prinzip nicht durch. Boom! Oh. Jungs! Wie war das nochmal? Im Mittelteil mit der Flagge erobern. Ah, zurückgebracht. Ja, das tut mir leid. Ich war aber nicht schuld, oder? Oder war ich schuld an der Flagge? Ach, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Weil ich konnte den Gang nicht richtig reinbekommen und so. Und das führte halt so zum... Was sollte das denn? Aber... Ach, hinter uns war auch noch eine. Da kämmt jemand hinterm Haus wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal sagen. Ach so. 25 Flaggen. Ich dachte, wir brauchen nur noch eine oder so. Na gut. Dann müssen wir halt 25 Flaggen machen. Das ist auch kein Thema. Machen wir gerne. So. Nehmen wir uns den auch nochmal. Huh. Hallo. Hallöchen. Oh, hab ich's dir gegeben? Ich glaube, ich hab's dir gegeben. Oh, hast du's mir gegeben? Ich glaube, ich hab dir grad einen Schuss reingedrückt. Oho, jetzt bist du tot. Wieso nennen die sich alle Seife? Seife, Seife. Ich bin Seife. G, 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 K, R, G. Ich nenn mich jetzt auch Zangar, KZ. Ich wollte eigentlich genau den Vorbild treffen. Aber danke, du hast es gerade geschafft. Deine Mate. Naja, was soll's. Egal. Batz. Gäbe ich dir einen Schuss. Alter, ins Gesicht gedrückt. Ja, 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 hat er, hat er, hat er, hat er. Hat er, hat er, den hat er, den hat er, den hat er. Oh, den hat er, den hat er, den hat er, den hat er. Ich bin deutsch, deutsch. So. Ich brauch nen Voice-Chat oder sowas. Das wär, das wär göttlich. Dann würd ich die jetzt so voll labern, so die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn ich so aufnehme, dann würd ich die ganze Zeit so labern. Bla, 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 bla. Kriegt man dafür dann auch nen Bann? Wegen des Flut? Spam? Oder einfach nur wegen meiner Stimme? Ich weiß es nicht genau. Muss wahrscheinlich noch in den Regeln festgesetzt, festgelegt werden, nicht festgesetzt. Ähm, festgelegt werden. Was es dafür gibt? Die Höchststrafe wahrscheinlich. Account-Zurücksetzung. So. Ähm. Oh, oh, oh. Oh, das ist jetzt nicht so Jutty-Wesen. Aber ist kein Thema. Kein Thema, kein Thema. Machen wir, machen wir nochmal. Machen wir nochmal, ist alles kein Thema. Jo, wir haben erst mal acht. Ja, ist kein Thema. Wir holen uns einfach noch mehr Flangen. So. Wo sind die? Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist er. Wieso? Scheiße, ich wollte ihn obschubsen. Ich wollte ihn obschubsen. So was habe ich bekommen. Wir könnten es schaffen, aber da ich erster bin, werden wir verlieren. Also, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich wollte es echt nur mal gesagt haben. Aber, ey, okay. Kein, kein, kein. Ist alles kein Thema, Mann. Ist alles kein Thema. Ich mach das gerne für euch hier. Ja, ich bin, ich bin gerne für euch da und so, ne. Ist ja alles, ist ja alles hier, ne. Alles wirklich kein Thema, Mann. Aber ihr müsstet hier auch mal ein bisschen spielen und so, ne. Also, ich will, ey, Leute. Ich will ja auch nichts sagen oder so, ne. Aber ihr seid schon schlecht, ne. Ja, das seid ihr. Gut. Jetzt tun wir mal so, als wären wir voll der Pro. Also, komm, ich fahre jetzt mal voll mit meiner Raygun hier hoch, ja. Hab die Hornet so voll im Gepäck, Alter. Oh, ja. Na klar, ja. Hast du die Hornet nicht hochgezogen oder was? Na, ist ja klar, weißt du. Weißt Bescheid, ne. Weißt du, ich fahre jetzt einfach so, weißt du, ne. Alter, damit hat er nicht gerechnet, ne. Weil, ich wollte es ihm nur mal so sagen. Ich hab ihm gesagt, so, ja, Alter. Pass mal auf, ne. Weißt du, ich hab es ihm so gesagt, wie es ist, ne. Hab ich gesagt. Und dann, Alter, Batze, voll die Fleck, Mann, erst mal. Ja, schön, haben wir, haben wir schön gemacht. Jetzt haben sie die Flecke vorbei. Ihr seid echt gut, Mann. Ihr seid wirklich gut, Mann. Wäre ich einfach weitergefahren. Ne, wäre ich nicht weitergefahren. Weil, wisst ihr, was dann passiert wäre? Ich hätte ihn getötet. Na, hab ich auch. Oh, 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 okay, gut. Ähm, ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe, aber egal. Ich hab das Ganze ein bisschen komisch kommentiert. Ah, was soll's. Ich kommentiere weiter in das Spielgeschehen. Also, Bobby Sneuster will sich die Fleck schnappen. Er wartet, dass sein Gegner und dein Teammate bringt die Flagge zurück. Das ist aber noch nicht alles. Die fahren gerade einen Doppelangriff über links. Und dann über die Mitte mit der Fleck. Er ist an der Fleck und er verzieht. Da ist aber der Holzfäller. Der Holzfäller grifft ihn aber nicht. Da bekommt er Unterstützung von seinem Mate. Die Flagge ist aber weg. Jetzt muss man da langsam mal den Flaggenträger ein wenig unter die Arme greifen. Er verzieht und muss jetzt so die Flagge abgeben. Aber da sind noch zwei Gegner. Sie haben ihn umzingelt. Was macht er nun? Er verliert die Flagge. Der Holzfäller ist an der Fleck. Nein, doch nicht. Und er kippt um. Ich wiederhole, der Flaggenträger liegt. Das ist eine Schande für das rote Team. Meine Fresse. Wie sollen sie da nur die ganze Star-Series von unten aufräumen? Ich verstehe es nicht. Aber das ist es. Das ist es. Die Fleck ist durch. Nein, Bobby Sneuster ist da. Er kann ihn einen Schuss geben. Aber das reicht nicht. Doch, es reicht. Aber nicht für den Sieg. Das reicht nur für eine knappe Niederlage. Aber eins gegen drei. Da kann er sich einfach nicht durchsetzen. Was macht der Gott nun schon wieder? Er schaut erstmal, wie es so mit seiner Kadee läuft. Zieht dann einmal gegen ihn. Und kann er ihn von der Flagge wegdrücken? Nein, kann er nicht. Aber er hat vorher geschossen. Das wird wahrscheinlich nur einen kurzen Augenblick dauern. Er hat sie. Und das ist der Sieg. Nicht. Aber egal. Was soll's. Ich glaube, ich kann sehr gut kommentieren. Ähm. Noch ein bisschen Dramatik so reinbringen. Und dann geht's aber richtig ab. Da kann man sich... Aua, das tut weh. Das tut weh, mein Freund. Gleichsetzt ist was. Die Fleck fährt über außen. Da ist erstmal der Holzfäller tot. Die Fleck haben sie. Die haben sie. Die haben sie. Oder auch nicht. Scheiß drauf. Was soll's. Das war eine gute Aktion. Sauber. Sauber. Was denn das gelernt, Alter? Was denn das gelernt? Das Umfliegen. Naja, sicherlich nicht von mir. So. Der leckt. Der Holzfäller leckt. Er leckt. Er leckt das Holz von unten ab. Er überprüft gerade den Stamm auf eine Moos-Schicht. Ja gut, wenigstens habe ich den erstmal richtig eingegeben. Was leckt der denn, Alter? Sabotage! Das war Skill. Muss ich schon so sagen, wie es ist. Das war sehr nice. Das war schon heftig. Heftig, heftig, heftig. Also selbst die Pro-Spieler könnten da nochmal ein bisschen was von mir lernen. Muss ich schon mal hier ganz ehrlich gestehen. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel schaue, dem Holzfäller gebe ich erstmal schön einen Schuss rein. Die, Alter, was konzentrieren die sich denn jetzt hier alle auf die Fleck? Ah ja, gefickt wurde sie. Jungs! Ich bin doch immer erster. Jetzt streckt euch doch mal an! Okay, 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 okay. Nice, nice, nice. Oh, die ist durch! Wahrscheinlich bin ich jetzt nicht durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommt schon wieder der Holzfäller. Ach du Shit! Lebt denn der alte Holzfächer noch? Okay, ähm, ja, scheiße. Ach, Jungs, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Nice, GG. Gib ihm! Okay. Lass die Fleck jetzt nicht fallen. Jetzt aber. Lass sie los! Dass man aber auch alles selber machen muss. Ah! Ham, 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 ham. What the fuck, was mache ich da? Ah! Wieso ziehe ich den hoch? Das war's. Oh, läuft! Ey, 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 bleib hier, bleib hier bei mir. Okay. Da liegt die Fleck. Aber ich bin auch hinten. Kein Thema, kein Thema, kein Thema. Ich beschütze euch gleich alle. Da liegt die Fleck, Aldi. Shit. Läuft bei dir! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, das war, das, das war Lack. Aber egal. Was soll's. Oh, Jungs! Strengt euch mal ein bisschen hier an. Ein bisschen mehr Zubegriff. Wie ranzig Okay, gut, jetzt geht's Jetzt, wo ich tot bin, läuft Jetzt läuft's wieder wie geschmiert Oh Gott, war das eklig Ähm, ja Ähm Ich weiß nicht What the fuck, man Der leckt aber schon ein bisschen Äh Wow, 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 wow Bleib mal ein bisschen ruhig, Mann Ich weiß ja, dass du auf mich stehst, aber so Das hätte ich nun nicht erwartet Ach, Mann, 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 Mann Nice Und da ist er, da ist er schon wieder, da ist er schon wieder Oh mein Gott, Alter, er hat's gepackt Ah, er kommt durch Nice Läuft Da ist schon wieder der Holzweiler, ich fass es nicht Ich wusste, dass es der Holzweiler ist Ich rieche seine Schüsse bis hierhin What the fuck Wo kommen die ganzen Gegner hin? Ey, es sind doch nur vier Ey, das fühlt sich an, als hätten wir zehn Gegner Aber der Holzweiler, der macht's Der Holzweiler ist schuld an allem An allem Übel Och, wollte er denken Dann dachte er, er hätte Skill Weißt du, dachte er, er hätte Skill Alter, ich fass es nicht Dass die Leute sowas denken, Mann Dass die denken, die hätten Skill Und das gegen mich Ja, ist ja wirklich peinlich, Mann Ja, ist ja peinlich, ey Äh, das tut mir leid Egal, passiert Du kommst doch eh durch Da ist schon wieder der Holzweiler, Mann Alter, wenn du dich durchkommst Ich sag's dir mal Wo fahr ich jetzt überhaupt lang? Oh Gott, gleich spawnt ihren Gegner Da hinten, da hinten, oh Gott Okay, ich bin durch Ich bin doch immer erster Das soll doch so bleiben Ich will Kristalle, verdammt nochmal Nice Äh, schakalakalaka Wir müssen die Gegner Die Gegner zur Kapitulation zwingen, Leute Wo sind die überhaupt? Sind die alle im Pause-Modus? Ach, da ist einer Ja, aber da ist einer Ah, da ist der Zweite Da ist jetzt der Zweite Hey, Baby, Baby Echt, jetzt hat er mich getroffen? Wieso denn das? Ich dachte, die wären da jetzt wirklich alle im Pause-Modus Die haben's schon aufgegeben Weil ich der Gott bin So, aber die haben's wirklich schon aufgeholt Das muss man denen lassen Aufholen können sie Aber gewinnen können sie nicht Äh, äh, äh Ach, ich tu mal so, als wäre ich cool Und fall über die Mitte Aua Jung, lass mich durch Ach, du Scheiße Wow, fuck Jawoll Ich hab die Flag verloren Jetzt muss ich meine EP sogar teilen Großteam Nein, wir sind Kleinteam Das Kleinteam Vier Spieler Kleinteam sein Großteam gleich 20 Spieler Kleinteam vier Spieler Ich will ja nichts sagen Aber du leckst Aber richtig eklig Brutal Pervers Eklig Ich fall über die Mitte jetzt Langsam reicht es mir aber mal mit euch Jungs, ihr müsst jetzt mal ein bisschen mehr Zugriff und so, ne? Wisst du, was läuft Äh, ich war über die Mitte Hohoho Da ist doch schon wieder der Holzfäller Weißt du, und natürlich muss er wieder mal die Flagge loslassen Weil so, oh mein Gott Ich muss den jetzt in den CDP schenken Das ist doch brutal So ähnlich fühlt es sich an Es fühlt sich einfach nur scheiße an Verstehst du das denn nicht? Und außerdem fehlen uns doch verdammte 10 Flanken Ey, wie lange soll ich denn noch aufnehmen? Ich würde mal sagen, Leute An dieser Stelle cutte ich das Ganze einfach mal Und Hier ist so viel Spannung drin Das passt in zwei Teile Also freut euch demnächst dann auf den zweiten Teil Ob wir gewinnen oder verlieren Das gibt es in der nächsten Folge Und welches Pokémon ist das? Äh, ne, das war jetzt das Falsche Äh, m-m Was soll's? Jolla Wieso kipp ich um? Rinnjahorn Und so, ist klar Ciao Ciao